So meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Rabben. So, wollen wir mal gucken, was wir hier gemacht haben. Das ist der letzte Playsticht, habe ich schon von damals. Das ist der neue, genau. Beim letzten Mal haben wir ja diese komische Höhle erforscht und ja, mit diesen Golems, wenn ich mich recht entsinne, will ich mal gucken. Genau. Hier will ich das mal überschreiben. Gut, die Höhle haben wir gemacht. Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier weitermachen können. Na gut, die Blutfliege ist jetzt kein Problem. Feuerwarane könnte interessant werden. Oh je, das wird wieder ein Herumgefähle. Ich will es aber mal probieren. Also so ist es ja nicht. Also wir sind hier immer noch auf dem Pyramidenplatz und ich habe wahrscheinlich auch vor dieses, äh, dieses Paar, also die nächsten Gothic-Videos als Premiere wieder hochzufallen, ähm, zu ballern, weil ich es mir einfach, weil mir das einfach gefallen hat. Mit der Premiere. Dafür werde ich die Videos aber länger machen. Ich habe mir das schon alles so ausgemessen, ungefähr so 30 bis 40 Minuten dafür als Premiere und nicht als normaler Let's Play Part. Hm. Ne, ich will noch ein Stück zurück. Ihr macht natürlich massiv viel Damage. Ja, das war mir klar. Die brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Gut. Weiß ich Bescheid. Ich probiere die erst gar nicht. Da fange ich jetzt nicht an. Das ist es mir nicht wert. Also normalerweise bin ich ja echt ein kleiner... Wo kommt der denn auf einmal her? Bin ich ja ein Freund von irgendwelchen Herausforderungen, gerade bei Gothic. Aber, ne. Sorry, sorry, sorry. Auf der anderen Seite haben wir noch mehr, ähm, genug zu erkunden hier in diesem Gebiet noch. Wir haben auch 20 Lernpunkte. Ich müsste einiges in Mana investieren, da ich höchstwahrscheinlich Magier werde. Und... Naja, was heißt höchstwahrscheinlich? Also ich nehme es schon mal an, dass ich Magier, äh, hier diesmal als Magier mich mache. Na, kommt her. Ich glaube, hier gibt es noch Warane, deswegen speichere ich nochmal. Gibt es aber nur ein Waran. Ne, zwei. Es wird wieder ein Herumgefähle. So. So. Die stehen mir aber ein bisschen zu nah. Ich muss mir das... Naja, ganz toll. NICHT. En 어우 чтобы... ... ... ... ... ... Ja, und soweit bin ich eigentlich nicht zurück. Habe ich? Ja, habe ich. So, den habe ich noch nicht aggro gezogen, das ist schön. Achso, ich wollte ja mal offscreen dieses Fleisch hier ein bisschen. Ja, ist egal. Komm, passt. Passt schon. Ich glaube, bei dem probiere ich es mal mit dem Baum. Ja, kriege ich hin. Super. Gut, super, dann haben wir die Warane jetzt platt gemacht. Das finde ich toll. Na, komm schon. Da hat sich mein Mikrofon jetzt leider bewegt. So, nochmal eine Runde Pen, dann sind wir mit dem Pyramidenplatz eigentlich fertig. Das haben wir. Gut, ich würde gerne die... Ich habe nur keine Ahnung, was mache ich denn jetzt? Ich würde ja gerne weiterhin diese Welt erstmal erkunden, bevor ich jetzt hier großartig hier loslege. Ich glaube, das sollte ich auch tun. So, nach rechts sind wir gegangen. Hier sind... Warte mal, ich muss mal was gucken. Wo war ich hier überhaupt? Gut. Gut. Oben rechts die Ecke beim schwarzen Troll, das haben wir ja alles abgesehen. So, und dann beim Sonnenkreis. Da wollte ich hin, da durften wir aber noch nicht hin. Weil wir, weil das einfach zu stark ist. Auf der rechten Seite, das ist der Xardas-Turm. Bei dem, ähm... Bei diesem rechten Emblem, da waren wir eigentlich auch schon. Auch bei diesem... Ne, das ist Benga, das ist der Hof von Benga. Da waren wir ja noch nicht ganz, noch nicht überall, aber schon relativ weit. Also, beziehungsweise, soweit wir konnten. Benga, so ein Onas-Hof. Zu den Banditen müssten wir noch. Das könnten wir machen. Oben am zweiten Plateau könnten wir hin. Unten links ist ja dann, äh... Links auf der Seite beim Hafen, in der Nähe vom Schiff, ist ja Korines. Links in den Wald könnten wir nochmal hin. Ich glaube, das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ansonsten war mir eigentlich so weit, ich konnte. So, dann gehe ich nämlich, äh, zu den anderen. Und guck mal, ob ich, ähm... Vielleicht die Prüfung von Torloff könnte ich noch machen. Ich glaube, ich bin relativ weit genug bei den Söldnern bereit, dass ich theoretisch bis kurz vor die Aufnahme gehen kann. Dann kann ich in der Stadt nochmal gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann. Aber da bin ich ja schon Jäger. Das bedeutet, ich bin Bürger der Stadt. Sprich, ich könnte theoretisch auch schon zur Miliz gehen. Das einzige Problem wird sein, ich kann jetzt... Müsste jetzt eigentlich wieder zurück in die Stadt. Und müsste den Addon-Weg dafür benutzen, um Magier zu werden. Das wäre eine Option. Auf der anderen Seite kann ich hier links auch noch in diesen Wald gehen. Das ist nämlich der Wald bei Benga. Oder, ne, Akil. Entschuldigung, nicht Benga, sondern Akil. Ähm, hier will ich nochmal speichern. Was schenkt Inus mir denn diesmal? Beten, 100 Goldstücke spenden, Stärke plus 1. Ah, super. Inus, du bist der Beste. Ähm... So, als Magier ist es eigentlich gar nicht verkehrt. Weil ich da nämlich von mir von einem anderen Magier die ganzen Tränke brauen lassen kann. Darunter will ich eigentlich noch nicht. Ich könnte es probieren, das wird nämlich auch interessant werden. Da muss ich auch sowieso irgendwann hin. Ich speichere aber mal ab, weil ich weiß nie, was mich hier erwartet. Naja, Feldräuber sind jetzt kein Problem erstmal. Dunkelpilze habe ich jetzt auch genug. Aber da ich Magier werde, müsste ich sie mir jetzt eigentlich aufsparen. Gut, solange es nur Feldräuber sind, da hinten sind nämlich Banditen. Und die suche ich, brauche ich auch. Das ist nix so. Goblinbären, coole Sache. So, wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich habe aber keine Schriftrollen, nichts. Ich glaube, die muss ich jetzt versuchen, irgendwie anders anzulocken. Vergessen. Feuerpfeil. Oh, na, scheiße. Bogenschützen. Eins, kann ich lesen. Jo, mache ich doch. Warum nicht? Armbrustschützen. Lebensenergie. Eins, nehme ich gleich mit. Lebensenergie. Drei kann ich noch nicht lesen. Steintafel der Magie. Einhandkampf. Magie drei. Stärke. Lass mich mal kurz überlegen. Magie hebe ich mir natürlich jetzt auf. Weil ich doch einiges an Mana brauche. Aber Einhandkampf reicht eigentlich. Obwohl, ich bin erst Anfänger. Ist egal, da mache ich noch ein bisschen Einhandkampf. Gespeichert. Ist aber, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ich muss einen Bandit nehmen, der ein Rangekämpfer, äh, der kein Rangekämpfer ist. Ich mach dich fertig. Jetzt geht's zur Sache. Das war doch schon mal sehr gut. So, erst noch mal ein bisschen Mut angetrunken hier. Und dann feuerfrei. Die Bogenschützen werden ein Problem sein. Weil die kommen nämlich nicht nah ran. Den Banditen hätte ich gerne. Okay. So, gegen die zwei Bogenschützen kannst du es ver... Alter, übertreib's mal nicht. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ich muss aber da runter. Warte mal, warum benutze ich eigentlich nicht... Naja, ist egal. Ich glaube, gegen ein Goblinskelett könnte ich noch was machen. Aber die sind ja immer zu zweit unterwegs. Das ist das, was mich so abfuckt. Die kommen ja direkt. Blutfliege, das geht ja alles noch. Aber hier, die Goblinskelette, die sind schon hart. So, die sollten aber gehen. Ich probiere es mal mit Pfeil und Bogen, aber es scheint ganz gut zu gehen. Da ist noch ein Wagen, den möchte ich natürlich nicht. Die Goblinskelette bleiben erst mal da. Die machen uns platt. Das weiß ich, sind nämlich saustarke Wölfe. So, ich nehme mich da hinten hin, möchte ich. Aber um die mache ich noch einen großen Bogen. Ich heile mich nicht, weil bei der Sagitta... Die hilft mir, glaube ich. Das ist nämlich die Heilerin sozusagen von den Bauern. So, wie viele Pfeile habe ich denn noch? Gut, die drei Wölfe sollte ich aber schaffen. Bergkristall, supi. Habt ihr noch irgendwas? Ne, okay. Gut. Jetzt gehe ich aber möglichst schnell mal zur Sagitta. Dann wisst ihr nämlich auch in etwa, warum ich mir die Mühe gemacht habe mit diesem komischen... ...schwarzen Troll. Habe ich das Fell vom schwarzen Troll noch? Das brauche ich nämlich für etwas. Ja, super. Hier gibt es aber kein Bett, wo ich mich heilere. Ach, schade. Ist egal. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Heile mich. Lass mich sehen. Hm. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Oh, super. Vielen Dank. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Ich arbeite zur Zeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Was für eine Zutat ist das? Es handelt sich um eine sehr seltene Pflanze. Das Kraut nennt sich Sonnen-Aloé. Du erkennst es an seinem intensiven, mandelartigen Geruch. Wo werde ich diese Zutat finden? Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Viel Glück bei deiner Suche. Ich habe das Sonnen-Aloé gefunden. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. So, welche Tränke kannst du... Bevor ich dir meine Alchemie-Kunst beibringe, werde ich dir erst unterbreiten, die Küche der Tränkebrauerei ist der Alchemie-Tisch. Du brauchst dazu eine leere Laborwasserflasche, um den gebrauten Trank darin aufzubewahren. Dann fügst du die nötigen Ingredienzchen hinzu und fertig ist der Trank. Dieses Wissen kannst du natürlich bei mir lernen. Elixier der Geschicklichkeit. 20 Lernpunkte wäre natürlich ganz nett. Ich würde aber gerne Elixier der Stärke lernen. Obwohl beides in Ordnung ist. Wir haben 20 Lernpunkte. Elixier der Geschicklichkeit ist natürlich gut. Müssen wir mal gucken, was wir hier so wie haben. Und davon haben wir zwei, davon haben wir vier. Drei Kronstöckel. Das würde ich erst mal lassen. Die kann uns auch Zeug verkaufen. Stengel-Sumpfgrau, die Sonnenalur. Ähm, jo, Reihe roter Tränenpfeffer brauchen wir nicht. Weißt du was? Ich kaufe mir alle ihre Tränke und verkaufe mal den ganzen Scheiß. Ork-Schlechter behalte ich. Behalte ich. Behalte ich. Äh, 90 Morgenstern. Ne, den verkaufe ich. Langer, leichter Zweihänder. Ne, Paladinschwert. 60. Mittlere Ork-Axt. Verkaufe ich Holzfäller-Axt. Also die Zweihand-Waffen verkaufe ich alle. So, das kann ich alles verkaufen. Den Degen kann ich verkaufen. Degen der Banditen brauche ich einen. Armbrust-Jagdbogen. Der braucht 30 Geschick. Armbrust-Jagdbogen. Haben wir so viel? Nein, haben wir nicht. Okay, aber einen. So, das kann ich verkaufen Die behalte ich mal lieber Degen der Banditen Brauche ich allerdings Zumindest einen Ring der Steinhaut Feuerring Die Karten könnten eigentlich alle verkaufen Würde ich aber nicht machen Stärke 1 Silberkelch Das Silber würde ich am liebsten gerne erstmal behalten Das hoffe ich zumindest Dass ich das in diesem Run durchkriege Hier gibt es auch eine Liebesgilde Und dieser Liebesgilde würde ich gerne behalten Und ich glaube da kann ich dann irgendwo das Silber oder Gold Irgendwie gut Verkaufen Sorry Sagita So Wolfsan 45 Stärke 42 2 Stärke Punkte zu wenig Das macht aber nix Ist die sauer wenn wir hier Zeug nehmen Nein Kriegt nix mit Super Rechts Links Links Rechts So Gucken wir mal Ob die sauer ist Nein Ist sie nicht Super Gut Ich wollte ja nur die Quest machen Ich gehe jetzt nochmal zum Hof Da zeige ich euch Was ich Warum ich Was ich mit dem Felde schwarzen Trolls mache Beziehungsweise Warum ich das Unbedingt aufheben wollte Ja Danach gehe ich In die Stadt Und gucke mal Was ich da noch so machen kann So wie viele Pfeile habe ich denn jetzt noch sieben Das ist natürlich nicht viel Wagen Schattenläufe Oh je Ne Hier habe ich eindeutig noch nichts zu suchen Definitiv Gut Dann bin ich hier erstmal durch 45 50 Scheiße So Dann würde ich nämlich gerne mal Nachdem ich Gehe ich wirklich danach schon in die Stadt Ich habe ja mein Zeug jetzt so gut es geht verkauft Eigentlich Noch nicht Ich würde dann nämlich gerne mal Nochmal mit jemandem sprechen Hoffentlich ist das Event schon getriggert Das wäre ganz cool Das wäre ganz cool Was willst Nee alles gut Ich mache mal die Aufgabe vom Raul Ähm Nicht vom Raul Sondern vom Torloff Vorsichtshalber mal abspeichern Hier auch Hier auch Die Pacht eintreiben Ich könnte natürlich mal probieren Die Pacht einzutreiben Lass mich die Pacht eintreiben Gut Hör zu Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen Keine Pacht mehr an Ona gezahlt Ona will dass er 50 Goldmünzen ausspuckt Noch Fragen Wo ist Sekop so Im Norden des Tal Wenn du Probleme hast Werden die Bauern auf den Feldern dir helfen Dich hier in der Gegend zu rechnen Dann machen wir das doch Bis jetzt müssen wir uns noch nicht wirklich Für die Söldner entscheiden Auch wenn wir das machen Wir hätten natürlich auch uns mit dem Paladin prügeln können Aber ich glaube das ist ein bisschen schwieriger Als mit Sekop Weil ich glaube Sekop Der hat nämlich natürlich keine Lust Und ich glaube den muss ich auch noch Eines überbraten Ist mir persönlich aber lieber Sekop der Menschenschinder Sekop der Menschenschinder So Das erstmal hier speichern Ich weiß ja nicht was mich erwartet Nochmal gestärkt Nochmal ein Wein als Nachdruck So Das Land gehört dem Großbauern Du bist ja nur der Pächter ONA will dass du endlich deine Pacht bezahlst Du bist schon seit Wochen überfällig Was? Und da schickt er einen Halunken Mach das du weg Drück die Kohle raus oder ich schlag Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geld Er hat ja nur ein Knüppel So Was nun? Sehe kopf du Lümmel Darüber reden wir noch Ja ja Warte mal Ist ja schon gut Du hast Wo hast du nicht mehr schlagen Bitte Ich will ja alles machen Mein Ruin Ja 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 komm Wer seine Leute hier so behandelt Wie ein Stück Scheiße Der kann auch mal ordentlich abbezahlen Gut Das war ja kein Problem Da ich aber noch in der Stadt rumlaufen möchte Und jetzt nicht wirklich Bauer werden will Oder Söldner Möchte ich mich mit den Milizen nicht wirklich anlegen Also du kannst auch das Addon so benutzen Um mit Laris unten in der Stadt zu schwätzen Dann sagst du du willst Söldner werden Der findet das toll Dann gehst du zu dem Zum Kord Und sagst Ja hier Der Dingsbums Tollauf will Dass ich mich mit den Milizen prügel Und dann kümmert der Kord sich drum Und dann hast du die Aufgabe theoretisch auch gelöst Das wäre die Addon Lösung sozusagen Gibt aber glaube ich weniger XP Und dann gibt es noch Ja bei den Bei der Miliz ist es natürlich so am einfachsten Aber Coole Sache Danke Rod Ich bin gekommen um mich euch anzuschließen Warum nicht Hab nichts dagegen Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit Aber rechne bloß nicht damit Dass du bei den meisten Es sind viele neue dazugekommen seit damals Und einige der alten Söldner Werden sich nicht an dich erinnern Hätte dich auch fast nicht erkannt Du bist ziemlich abgemagert aus Als die Barriere eingestürzt ist Hätte es mich fast erwischt Ach Wolf Du bist cool Ich mag dich Wolf ist cool Ich will mich Lee's Leute Wenn Lee so weitermacht Sind das bald nicht mehr Wieso Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter Das war schon damals in der Kolonie so Aber in letzter Zeit übertreibt er es Er will dass wir hier sitzen Und einfach abwarten Bis die Paleriner ausgehungert sind Silvio ist der Meinung Wir sollten mal ein bisschen Auf den kleinen Höfen Und vor der Stadt aufräumen Ich glaube das wäre mal Eine gelungene Abwechslung Zur Zeit drehen die meisten Von uns hier nur Däumchen Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mit Du weißt bestimmt schon Dass über jeden neuen abge Worauf willst du hinaus? Naja ich hatte lange nichts mehr zu rauchen Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut Und meine Stimme gehört dir Du kannst bestimmt irgend Wegen des So ich verstehe Der brauche ein paar Stängel Sumpfkraut Scheiße Die habe ich glaube ich Alle der Sagitta gegeben Karma Karma is a bitch Ja kriegen wir schon hin Dann gehe ich halt nochmal zurück Zurück zu der Sagi Und guck mal ob ich die zurückkaufen kann Kohle haben wir ja genug Ähm ich sag das zu denen wie gesagt Ich speichere bei jeder Entscheidung ab Deswegen Ähm deswegen Ich habe ja gesagt Ich versuche wirklich So nah wie möglich An jede Fraktion ranzugehen Und dann wenn es die Alles entscheidende Frage kommt Willst du bei uns mitmachen? Ja nein vielleicht Dann kommt immer Dann kommt bei mir immer so ein Nein Weil ich ja Magier werde Ich glaube nicht Dass ich die Leute noch anders Entscheiden werden Ich muss nur aufpassen Dass ich nachts hier nicht lang laufe Weil der Schattenläufer Wird nämlich nachts wach Und dann kann ich da nicht mehr So einfach an dem vorbei Schattenläufer selbst Sind zwar machbar Aber In freier Wildbahn Also draußen Nicht in so einer engen Höhle Wird das schon ein bisschen anders So ja Ich würde das da mal verkaufen Normaler Bogen Jagdbogen Sind alles machbar und tragbar Ähm Jetzt kann ich der Truller Dann verkaufen Bergkristall Schwefel Erstmal Jo Ups Warte mal Was hab ich denn 20 Lernpunkte Ich will mal was probieren Und zwar wenn ich Nämlich Welche 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 Die beiden Lern ich mal Welche Welche Oh scheiße Welche 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 Elixier des Geistes Wär natürlich Sau geil Elixier des Geistes Nämlich dass Wir anfangen können Mana Tränke zu brauen Mana Tränke Dafür brauchst du leider auch Ein Kronstöckel Und eine Feuerwurzel Die geben glaube ich 10 oder 5 Mana Permanent Das wäre natürlich als Magie Auch sehr sehr geil Aber ich glaube so richtig Lernen müssen wir das nicht Ich will eigentlich nur Wollte eigentlich nur ein bisschen Hier Von der Sagitta lernen Weil dann können wir nämlich Trotz alledem auch beim Konstantino in die Von dem ein paar Tränke Lern Äh Rezepte lernen Und vielleicht kann er mir Das Das brauen des Stärke Elixiers Lehren Das wäre ganz cool Jetzt gehen wir aber erstmal Zurück zu Cypher Was haben wir denn hier Ähm 39.000 Lernpunkte Brauchen wir für die nächste Stufe Und 35.000 Haben wir So ungefähr 3950 Ja so 3900 Lernpunkte Brauchen wir circa Der Part geht schon Knapp 40 Minuten Aber das macht nichts Mit den Einstellungen Kann ich hier ungefähr 50 Minuten aufnehmen Also wir kriegen bestimmt ein paar XP wenn ich mit dem Schwätze Hey du Sag mir nicht du hast Das nicht Gewissen Wegen des Sumpf Hier hast du ein paar Stängel So wenig Das habe ich doch in einem Also 10 Stängel müssen Immerhin gebe ich dir meine Stängel Drecksack Äh Ist jetzt die Frage Wo kriege ich noch Sumpfkraut Stängel her Also mit dem habe ich schon gesprochen Ich verkaufe keine Waffen Das macht Khaled Er ist bei Ohnein Gehörst du zu den Bauern Oder zu den Söldern Du willst mich doch verarschen Oder nicht Ich war nur neugierig Schon mal einen Bauern gesehen Der Waffenschmied ist Nein Was fragst du dann so dämlich Ich will mich den Söldnern anschließen Dann quatsch nicht Sondern geh zu Torloff Und lass dich auf die Probe stellen Naja Handy ist ja gut Ähm Ja Ich würde sagen Ich beende diesen Part jetzt hier Und würde dann Ich habe die Pacht von Seekoff eingetreten Und? Hat er frei? Ich muss den erst überzeugen Gut gemacht Du hast deine Probe bestanden Das wird viele der Söldner überzeugen Dass du zu was zu gebrauchen bist Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen Wolf sagt Er hat nichts dagegen Wenn du mitmachst Kord ist der Meinung Du müsstest erst lernen Besser mit der Waffe umzugehen Seifer sagt Du schuldest ihm noch einen kleinen Gefallen Du wüsstest schon Worum es geht Rot hast du wohl überzeugt Dass du stark genug bist Sentenza wird für dich stimmen Er sagte Du wärst ein sehr vernünftiger Mann Von Silvio und Bulko Brauche ich wohl gar nicht erst zu reden Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden Basta meinte Du wärst okay Der Rest der Sölden hat nichts gesagt Die meisten hast du wohl überzeugt Indem du die Probe bestanden hast Obwohl viele meinen Einem Bauern die Pacht abzuknöpfen Wäre für eine Probe zu leicht gewesen Meine Stimme hast du jedenfalls Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen Das ist schon eine ganze Menge Aber es reicht noch nicht Du wirst dich noch eine Weile Mit den Jungs rumschlagen müssen Okay Ich werde es auf jeden Fall Soweit machen Bis ich Kurz davor bin Aufgenommen zu werden Deswegen werde ich ab sofort Wenn ich mit dem weiterspreche Immer schön brav speichern Liegt einfach Da dran Dass ich glaube Kurz vorher Kriege ich nochmal Einen kleinen Batzen An Erfahrungspunkten Was mir natürlich hilft Ich speichere hier ab Und ja Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Tschüssi